Augsburg, weiß jeder, es wird kein einfaches Spiel, gerade auch zu Hause, treten sie schon sehr überzeugend auf, das ist eine verschworene Gemeinschaft mit dem kleinen Stadion, mit dem Publikum halt, das wird ein Beißner und Kratzen werden und da müssen wir sehen, dass wir das natürlich Paroli bieten und dazu unsere Qualitäten einbringen und dann haben wir eine gute Chance zu gewinnen, wenn wir eins von dem vergessen, wird es schwierig, ist immer so. Ja, Augsburg lebt absolut von ihrem Teamgeist, von ihrer Mannschaft, die individuelle Klasse ist sicherlich nicht so vorhanden, aber sie arbeiten wahnsinnig als Team und haben zwei, drei Schlüsselspieler drin, die es gilt, einfach in den Griff zu bekommen und man hat gesehen, die erste Halbzeit in Düsseldorf, dass sie eine sehr, sehr gute Leistung da abgeliefert haben. Zumal Düsseldorf in der Hinserie halt auch ordentlich Punkte geholt hat und da war nicht unbedingt mit zu rechnen und das hat natürlich Auftrieb gegeben. Allerdings haben wir auch gesehen in der zweiten Halbzeit, wo Schwächen sind und die wollen wir ausnützen und wollen dort bestehen und wollen drei Punkte mitnehmen. Wir haben auch gewonnen, wir haben auch ein gutes Spiel abgeliefert, das sollte uns auch Auftrieb geben und das sollte uns sicherlich nicht kleiner machen gegenüber dem Gegner. Sie sind sich dem bewusst, dass sie gegen uns punkten müssen, um da unten rauszukommen und klar ist da eine Euphorie da, aber auch wir haben ein Spiel hier gezeigt mit vielen Emotionen und viel Stimmung und auch über weitestgehend Zeit her viele gute Aktionen im Spiel gehabt. Auch wir gehen mit Selbstbewusstsein da ins Spiel und wie gesagt, wir wollen die drei Punkte da holen. Wir haben auch keine einfache Situation gehabt und das sollte uns wie gesagt auch Auftrieb geben, sollte uns nicht leichtfertig mit der Situation umgehen lassen. Aber wir sollten schon halt auch sehen, dass wir Qualität haben, wenn wir die auf den Platz bringen, dann haben wir auch gute, gute Chancen zu gewinnen. Wir lernen Sie ja auch gerade erst noch kennen. Wie sind Sie in der Vorbereitung auf einen Gegner? Reden Sie viel über den Gegner, sehr detailliert? Andere machen es ja so, dass sie überhaupt nicht über den Gegner sprechen oder nur ganz wenig und sagen, wir müssen die eigenen Stärken durchbringen? Ich arbeite sehr akribisch. Ich weiß vom Gegner alles und ich teile der Mannschaft das mit, wo ich meine, das ist wichtig für das Spiel, um das Spiel erfolgreich gestalten zu können. Ich würde sie nicht mit allen möglichen Varianten, die sie haben, sondern auf die Details, wo es ankommt, aus meiner Sicht. Das ist ja immer subjektiv. Und da werde ich Sie schon mit konfrontieren und auch Dinge zeigen. Aber wie gesagt, immer das, was ich für notwendig halte. Vorletzte Frage. Raphael ist jetzt schon ein bisschen länger da. Wie fit ist er? Wie viele Minuten könnte man ihm schon zutrauen? Auch in Minuten weiß ich nicht. Er ist sicherlich noch nicht auf dem Weg, dass man sagt, er könnte von Anfang an spielen. Aber Minuten, er macht von Tag zu Tag einen besseren Eindruck. Er fühlt sich auch wohler, er fühlt sich fitter. Wir haben jetzt viel mit ihm trainiert und gearbeitet. Aber wie viele Minuten, das kann ich nicht in Minuten ausdrücken. Die jungen Leute, Max Meier, Manuel Torres, wie nah sind die daran an der Mannschaft? Ja, vor allem Max Meier ist sehr nah. Er hat im Trainingslager einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Manuel Torres habe ich jetzt diese Woche erst dazu genommen, um ihn kennenzulernen. Er hat mir vor allem in dem Spiel am Samstag, wo wir gegen die Amateure gespielt haben, einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und aufgrund unserer Verletzungsmisere, die wir auf den Positionen haben, habe ich ihn dazugenommen. Und er hat einen sehr guten Eindruck auch im Training hinterlassen. Aber ob er eine Alternative jetzt schon ist, um den Kader mitzunehmen, das muss man morgen entscheiden, was auch mit Tranquilo Barnetta passiert. Und von dem her lasse ich mir das auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.